So, da naht auch schon die Konkurrenz Christoph und Joscha sowie Raffaela und Marcel. Mein erster Eindruck ist, ja, viel Industrie hier, Autohäuser, nicht mitten im Zentrum, sondern etwas außerhalb. Wenn ich den Namen S-Fabrik höre, erwarte ich eigentlich ein großes Lokal und hoffentlich keine Fabrikware. Dann mal los, der erste Gastgeber der Woche wartet schon. Hallo zusammen, ich bin der Mio, ich leite die S-Fabrik aus München-Gladbach. Ihr seid gerne eingeladen, schaut euch um, ich bin gleich bei euch. Danke, bis gleich. So, wir kommen hier nicht nur vom Fließband, sondern wir machen das hier mit richtig viel Liebe. Im Inneren entsteht bereits ein erster Eindruck von der S-Fabrik. Also, es ist eigentlich ganz gemütlich. Ein bisschen was vom Alten und vom Neuen drin, finde ich auch klasse. Das Einzige, was ich nicht so ganz toll finde, das sind hier die Nudeltüten an der Decke. Das ist nicht so meins. Das soll ein bisschen Italien symbolisieren, ist auch nicht mein Ding. Also, sehr hallenmäßig, also der Name. Ist Programm auf jeden Fall. Der erste Eindruck ein bisschen ungemütlich, weil es halt sehr hohe Decken, was nicht negativ ist. Aber man hätte vielleicht ein bisschen mehr mit größeren Deko-Elementen, hohe Vasen, Blumen, vielleicht auch ein bisschen höhere Raumtrenner, dass das einfach ein bisschen so gemütlicher macht. Ja, ist was dran. Da ist sicherlich noch ein bisschen was rauszuholen. Jetzt holt Miu aber erst mal die Speisekarten raus. So, hi zusammen. Hi zusammen. Hallo. Das ist der Juan, unser Kellner hier. Ihr begleitet euch den ganzen Abend. Nehmt auf, was ihr gerne esst. Sucht euch was aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Machen wir. Machen wir. Danke. Na, für jeden was dabei? Und was sagt ihr zur Optik? Ich finde Speisekarten als Tischset eigentlich ganz cool. Ich glaube, dass das normalerweise... Kommt ja runter am Tisch. So, da drunter. Ich würde es auch gut finden, aber was ich halt eben nicht so gut finde, ist, wenn man das versaut hat, schmeißt man das natürlich auch wieder im Müll. Ich würde sie in eine Folie verpacken, eine Hartfolie, die abwaschbar ist, um da auch eine Wiederverwendung zu haben und nicht nach Beschmutzung alles wieder wegzuwerfen. Wir reden heute von einem anderen Zeitalter und wir sollten ein bisschen innovativer sein. Naja, aber da ist ja, Papier ist ja Holz. Also sehe ich nicht ganz so. Ich finde das mit dem Laminieren, was du da meinst, überhaupt gar nicht schön. Ist denn das Speisenangebot schön? Also wenn ich das jetzt irgendwie festmachen müsste, würde ich schon sagen, dass es doch recht gemischt ist, aber wir doch eher so in diesen italienischen Teil fallen, für mich persönlich. So ein bisschen Süd-Mediterran, die Einrichtung, aber auch Schnitzel für die Deutschen. Für die Deutschen die Schnitzel. Genau. Nein, das stimmt. Ich glaube, wenn du an diesem Standort kein Schnitzel anbietest, dann kannst du abfahren. Marcel darf als erster assistieren. Was machen wir heute leckeres? Heute machen wir Gambas, Wins mit Chilisauce. Wo hast du die Gambas her? Medo. Medo. Also Großhandel. Ja, genau. Man hat ja nicht viele Alternativen. Ich denke mal, hier im Umkreis ist kein großer Fischhändler und dann ist halt so, der übsel Großmarkt ist halt dann immer da. Da darf man jetzt auch den Großmarkt nicht verurteilen. Der hat die beste Logistik. Die Dinger kommen aber auch zu 98 Prozent tiefgekühlt hier an. Also die kommen auch nicht irgendwie mal eben. Die haben einen Reiseweg hinter sich, wo wir diskutieren können, ja. Aber wer Garnelen isst, der weiß, die schwimmen nicht bei uns rum. Also ist so. Vor den Gambas dürfen erst Peperoni und Knoblauch anschwitzen. Marcel hat Verbesserungsvorschläge. Ich würde sie mit Schale anbraten. Ohne Schale wären die recht klein. Mit Schale halten ihre Größe. Aber das macht jeder anders, wie man eben gesehen hat. Dass der jetzt viel kleiner wäre, ohne Schale, nein. Auch in der Schale gebraten, zieht sich das Fleisch zusammen. Auch die Würze gibt dem Gast zu denken. Aber sonst hatte gar keine Kräuter rein. Also Timo, ein bisschen Petersilie. Ich persönlich hätte mehr Kräuterplatz, ja. Ja gut, man weiß ja gar nicht, was in seinem Kräutermix drin ist. Passend tut zur Garnele schon ziemlich viel, ne. Angefangen von der einfachen Petersilie über natürlich Dill. Also da im grünen Bereich geht da viel an, frische Kräutern. Rosmarin, Mediterran, Oregano, das geht alles. Dann haben wir unsere sexy Beach. Sexy Beach. Der sexy Wein ist nicht die letzte Zutat, sorgt aber für ordentlich Feuer. Dann kommt die Flamme aus. Dann kommt da ein bisschen Chili rein. Ist die auch vom Großhandel? Die ist auch vom Großhandel, genau. Aber die ist dann, die habt ihr euch ausgesucht? Genau, wir haben experimentiert mit vielen. Und das ist die passende. Aber Farbhieser, das ist okay. Ja, das Gewicht ist fertig. Sehr cooler Koch. Also das, was ich gesehen habe, war voll okay. Auch natürlich ein bisschen nervös, wo ich auch. Aber alles cool, im Effekt. Bei der Vorspeise hat sich Mio noch ein besonderes Goodie überlegt. Da gibt es noch ein kleines Special von mir. Wir haben noch eine Pizza in die Mitte. Können wir die Hauptmenüs essen? Ja, der macht das schon. Dann seid ihr große Jungs und Mädels. Ich finde, Mio macht alles richtig. Wenn ich so eine Pizzastation mit so einem tollen Pizzaofen hätte und weiß, ich habe einen guten Teig und eine tolle Pizza, dann würde ich die Leute auch bestechen. Ab in die Mitte, genau richtig. Da muss man auch keinen fragen vom Film. Das macht man. Ich fand das sehr nett von Mio, dass wir uns die Pizza probieren lassen. Und ich war auch sehr überrascht, wie lecker die war. Also die Soße, die Tomatensoße war sehr fruchtig. Der Teig war auch sehr fluffig, auch am Rand. Und der eine maget ja etwas härter im Biss und der andere. Aber die Pizza war gut. War super, sehr lecker. Marcel durfte ja schon bei der Vorbereitung helfen. Jetzt darf er sie auch genießen. Die Gambas mit Chili, Knoblauch und Olivenöl. Die Garnelen sind wirklich am Punkt. Also alles gut, perfekt. Sehr bissfest. Also so in dieser Form habe ich sie persönlich noch nicht gegessen mit dieser fruchtigen, schilligen Soße. Aber sehr lecker. Gutes Olivenöl und diese Soße, diese süß-saure Soße, die zwar fertig war, aber das war ein Gorbenschmaus. War lecker. Die Süße tun es ein bisschen über Tünchen. Aber im Abgang hinterher kommt dieses Knoblauch noch ein bisschen raus. Aber es ist alles stimmig, alles lecker. Kommt noch ein Aber? 15,90 wäre für mich ein Tick schön zu teuer. Wenn du mal auf einen Gastronom triffst, der das richtig kalkuliert, dann kannst du mal für eine Garnelen 6,50 Euro zahlen. Für eine. Also für eine, kalkulatorisch. Also 14 oder 15 Euro den Teller Bombenpreis. Raffaela steht der Sinn nach Italienisch. Sie hat den Antipasti-Teller S-Fabrik geordert. Also mein Antipasti-Teller sieht super aus. Super viele Komponenten drauf. Also wir haben hier gebratene Zucchini. Sehr lecker, auch schön mit Knoblauch. Dann haben wir hier einmal Aubergine. Ich vermute auch ein bisschen so crunchy frittiert. Finde ich auch super lecker. Und Paprika auch wieder angebraten. Und ich vermute ein bisschen mit Balsamico abgelöscht. Also super, so wie man es sich eigentlich vorstellt. Was mir daran jetzt gefällt, sie scheinen auch wirklich fast aller Menü kurz gegrillt oder gebraten worden zu sein. Weil sie sind nicht irgendwie ertränkt in Öl. Das würdest du sofort sehen. Dann wird sich ja die Öllache da drum sammeln. Also mir scheint, das wird zu aller Menü gemacht. Das Carpaccio war super geschnitten. Sehr dünn, sehr zart das Fleisch. Also das ist wie auf der Zunge vergangen. Das Einzige, was ich jetzt nicht unbedingt brauchen würde, sind die Chicken Wings. Ich sehe das nicht so bei einem italienisch-mediterranen Antipasti-Teller zu den ganzen anderen leckeren Komponenten. Also finde ich, kann man einfach auch weglassen einfach. Ich glaube, dass sich da locker an einem Tisch mit vier Personen, mit Family, mit Freunden jemanden findet, der sich darüber freut. Und es heißt ja auch Antipasti-Teller-Essfabrik. Wir sind nicht beim klassischen Italiener, wir sind nicht beim klassischen Kroaten, nicht beim klassischen Griechen. Wir sind in einer Fusion World angekommen und somit in Ordnung. Christoph mag es auch eher klassisch. Er hat den Büffelmozzarella mit Rucola, Parmaschinken und Cherrytomaten bestellt. Also meine Vorspeise ist lecker. Das ist nun mal Büffelmozzarella mit Parmaschinken, Cherrytomaten. Ich bin froh, dass es Cherrytomaten sind, dass es keine normalen Tomaten sind, weil für mich haben die Cherrytomaten einfach von Grund auf viel, viel mehr Geschmack, viel fruchtiger, passen sehr gut zusammen. Der Parmaschinken ist 1A. Der Parmaschinken war sehr, sehr gut. Das konnte man auch schmecken. Auch nicht, dass er jetzt irgendwie lange draußen gelegen hat. Und er war top. Also der Büffelmozzarella ist bestimmt nicht direkt aus dem Kühlschrank gekommen. Er ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Ich meine, zu warm darf er eh nicht sein. Die Qualität ist sehr sahnig innen drin. Schmeckt mir wirklich gut. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen, nur ein kleines bisschen mehr an Olivenöl gewünscht, dass es nicht ganz so trocken ist. Ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesem Vorgerät, mit dem Vorspeise. Ich glaube nicht nur Olivenöl. Ich glaube, dass man sogar fast eine kleine Art Marinade machen könnte mit einem weißen Balsamik und dann schön mit dem Olivenöl hochgezogen. Das könnte dem, weißt du, diesen gewissen Touch noch geben. Last but not least, Joscha. Er hat sich für das Carpaccio Surf & Turf Halb Rind, Halb Fisch entschieden. Meine Dimension von Halb, Halb, sieht ein bisschen anders aus, aber ist lustig. Ein bisschen gewundert hat es, dass da stand mit Rindfleisch und Fisch und ich letztendlich Garnelen hatte. Wenn ich jetzt das anbiete, kann man schon auch die Garnelen erwähnen, finde ich auch. Ich weiß aber auch tatsächlich, wenn ich Surf & Turf bestelle, dass es nicht Rindfleisch auf Schaule ist. Schmeckt's denn? Garnelen sind sehr, sehr lecker. Sehr, sehr gut gegart. Hier mit dem Thymian, das ist nicht nur Deko, finde ich, sondern das hat auch so ein bisschen Aroma gebracht. Der Teller hat sehr, sehr gut gerochen, als er hier ankam. Das Carpaccio ist sehr dünn geschnitten, so wie es sein sollte und von der Qualität, es zergeht förmlich im Mund, also da muss man nicht viel kauen. Zusammen mit dem Olivenöl und so ein bisschen Salz, Pfeffer, hier der Parmesan noch dazu, das ist schon ziemlich rund. Das sind also Top-Produkte, Garnelen top zubereitet, auch da der Preis super und ich finde es wirklich gut. Ja. Die erste Punkte-Tendenz holt sich Mio natürlich persönlich ab. Mio, was? Mit dem Start kann ich jetzt schon mal sagen, dass meine Tendenz bei neun Punkten liegt. Das ist nett, vielen Dank. Neun sogar, schau, gleich mal am Anfang. Ja, Mio, meine Tendenz acht Punkte. Dankeschön. So kann's weitergehen. Also meine Tendenz liegt auch bei acht. Vielen Dank. Meine Tendenz liegt auch bei einer guten acht. Ja, mega, super Start. Ich freue mich sehr über die Tendenz. Jetzt bei den Hauptschweißen werden wir noch mal ne Schippe drauflegen und uns bemühen, dass wir auch viermal die neun bekommen. Als helfende Hand eilt Christoph in die Küche. Was machst du denn Schönes? Heute kriegst du nen schönen Surf-and-Turf-Steak mit Buster-Beilage. Toll. So wie der Surf-and-Turf. Jetzt habe ich aber genug Surf-and-Turf gehört, ne? Wir haben argentinisches Rum-Steak. Sehr gut. Bleck Angus. Ja, richtig schönes Stück mit Gambas. Und eine schöne AOP-Beilage, schöne AOP-Pasta. Aglio, Olio, Peperoncino. Ah, also alles in Surf-and-Turf. Genau. Lecker. Wir schneiden das Fleisch. Wie viel nimmst du da ungefähr? Ich nehme da 250. Müssen das sein jetzt. Also AOP-Beilage auch gut. Ja, genau. Also zwischendurch kontrolliere ich mich schon mit Gewicht, ne? Weil man neigt einfach dazu, schnell mal zu viel abzuschneiden. Und das ist dann wahrenwirtschaftlich auf den ganzen Monat gesehen echt gefährlich. Als erstes kommen Peperoni und Knoblauch in die Pfanne. Zeit für die Gambas. Dann habe ich hier schon mal Gambas geschält. Ja, einer kommt für die Soße, drei kommen gleich. Also ich schneide den klein, damit der die Soße auch den Geschmack gibt. Damit das so ein bisschen ausdünstet beim Branno. Chili, Tomate, Cherry-Tomate, finde ich absolut in Ordnung. Knoblauch auch. Das darf nämlich zu übertrieben sein, weil nicht jeder mag es ganz so scharf. Aber sah echt lecker aus. Natürlich darf auch hier der sexy Weißwein nicht fehlen. Dann haben wir unsere sexy Weißwein wieder. Ausweilen? Ja. So, dann nehmen wir ein bisschen das Wasser. Aber ablöschen. Also flambieren ist immer schön. Wir Männer fahren ja sowieso auf Feuer ab. Deswegen schlagen wir uns ja auch nach wie vor heimlich auf die Brust. Und es gibt eine schöne Show in der offenen Küche, schön für die Gäste. Ein Schuss Sahne kommt noch dazu und eine ganz besondere Zutat. Und das ist eine Krabbenbutter, habe ich das richtig verstanden? Genau, Hummerbutter, ja. Hummerbutter, mhm. Komm, so ein bisschen. Wie stellt die sich zusammen, darf ich mal? Natürlich. Hummer- und Krebs-Extrakt. Die Hummerbutter kenne ich selber gar nicht. Das war jetzt das erste Mal, dass ich es gesehen habe. Bin ich mit groß geworden in meiner Lehre, muss man ganz klar sagen. Wenn man die heute sich so mal durchliest, dann kommt man auf paar Dinge wie, also ich wette mal wenig Butter, einiges an Aromen und Farbe. Dann geht's für das Fleisch auch schon auf die heiße Platte. Wobei, das ist ja soweit fertig. Ich leg's die eigentlich nur noch fertig da rein und kann darin nochmal ein bisschen ziehen. Genau. Ein bisschen was von der Sahne und von der Soße annehmen. Also es kommt darauf an, bei den Garnelen, wie lange lasse ich sie auf der Platte. Weil auch Garnelen ziehen nach, ganz, ganz klare Sache. Ja, die sind schnell durch. Das ist egal, ob die in der Soße sind oder direkt weiterhin auf einer Grillplatte liegen. Da muss man schon aufpassen, sonst werden sie so wirklich fest und sehr kauig. Weißt du, als wenn du auf so einem Radiergummi rumkaust. Das ist unangenehm. Du bist aber mit Herzblut Koch, oder? Ja, genau. Steckt schon im Blut, so ein bisschen. Ja, Papa ist auch Koch. Ah, genau so. Man merkt das schon eben an, dass er das gerne macht, was er da macht. Es ist das Hemdsärmelig. Es ist auch eine gewisse Roughheit hat das Ganze. Aber das habe ich echt hier schon ganz anders gesehen. Vorhang auf für die erste Hauptspeise der Woche. Also die Optik finde ich super hier. Also anhand der Vorspeise, wie die angerichtet war. Konnte man sich schon denken, was auf einen zukam. Ja. Ein bisschen Fifi drüber. Ein bisschen Sößchen. Und dann ist das gut. Aber wie gesagt, es war alles gut. Joscha hat die Spezialität des Hauses gewählt. Surf-and-Turf-Room-Steak mit Gambas und Pasta AOP. Maik sieht es kritisch. Also das, Surf-and-Turf, das gefällt mir so, das ist nicht meins optisch. Das ist ein bisschen so Autounfall-mäßig. Auch das mit dem reingesteckten Spieß und so. Das könnte man irgendwie anders machen. Den Spieß wirklich gegrillt. Vielleicht, wenn du schon das aufs Spieß machen willst, auf das gegrillte Rum-Steak drauflegen. Da drunter dann eben die Soße oder irgendwie. Also mir ist das zu schade um das gute Stück Fleisch. Ja, ist nicht meine Anrichtetaktik, die ich wählen würde. Joscha, wie siehst du das? Das Ganze war medium bestellt und ist medium angekommen. Hier, das ist schon schön. Und auf jeden Fall saftig, wie man das auch hier sieht. Jo, jo, fast passt. Geschmacklich ist das Fleisch wirklich sehr gut gewürzt. Auch wenn da jetzt Soße drüber war, war es trotzdem so, dass ich geschmeckt habe, wie schön salzig die Kruste war. Und der Fischer-Aspekt? Und die Gambas vom Gargrad sind ziemlich gut. Also ich habe da gar nichts zu meckern, weil die wirklich auf dem Punkt sind. Die Gambas, die waren zum einen schön angerichtet und auch da wieder gut gebraten, schön glasig noch, schön bissfest. Ja, ich habe hier eine Gambasauce. Ist das irgendwie mit... Das ist eine Hummerpaste. Hummerpaste, genau. Schön herzhaft, aber auch so ein bisschen süßlich. Das passt einfach gut zu diesem Röstigen von dem Rumsteak und zu dem Leichten von der Garnele. Was sagst du zur Beilage? Die Pasta ist al dente. Die Peperoni fällt mir gerade auf. Nicht so viel, aber für mich ist auch das insgesamt sehr stimmig. Ja, es kommt gut an und das freut mich. Es ist eine kleine Abwandlung der Spaghetti, was wir sehen. Ich brauche auch nichts mehr zu sagen zum Surfen und Turf, da habe ich sogar meinen Anrichtevorschlag gemacht. Aber tu, wir haben hier einen begeisterten Joscha, würde ich sagen. Mit Unterstützung seines Kochs wagt sich Gastgeber Miu erneut an den Tisch. Also der Christoph ist, denke ich, immer noch sehr kritisch, weil er auch viel Ahnung vom Fleisch hat. Der Mike hatte uns den Tipp gegeben, dass wir für die Kollegen das Doro-Kotelett ein bisschen länger backen. Ich habe nicht gesagt durchbraten, damit ich das bitte vorher gleich mal klarstelle. Ein bisschen weiter, zwei Minuten auf der von Jassa angegebenen 120 Grad. Mehr habe ich nicht gesagt. Mal sehen, was Christoph zu seiner Wahl sagt. Er hat das Kotelett vom Duroc-Schwein mit Steinpilzen und Basilikum-Püree bestellt. Miu, also das Duroc-Kotelett war an sich super, auch gut gewürzt. Das Einzige, wo ich mich vielleicht so ein bisschen darüber gefreut hätte, wenn das zwei Minuten eher rausgenommen hätte. Ja. Ich fand es jetzt zwei Minuten zu lang. Okay. Habe ich so das Empfinden, es ist ein bisschen trockener. Ja, siehst du, und ich nehme die Schuld nicht auf mich. Ich habe, ich brauche das auch nicht, das hat man gesehen. Meins wäre für viele zu roh im Kern gewesen. Und jetzt ist es halt zu weit. Das ist ganz einfach. Von außen findet Christoph aber alles super. Also das Duroc ist in der Oberfläche super angebraten. Kürzer hätte es gekonnt oder eine Minute kürzer, aber es ist trotzdem, Duroc ist nun mal auch ein Schwein, was sehr schmackhaft ist und steht auch für sich. Also das Kotelett war an sich lecker. Ich sagte ja schon, es hätte zwei Minuten eher rausgekommt, da die Saftigkeit ein bisschen gefehlt hat. Ansonsten tut dem das aber keinen Abbruch. Es war echt lecker, auch mit den Steinpilzen und so. Und gut, jeder mag es anders. Bei Mike war es halt, Mike wollte es länger. Vielleicht einigen wir uns auf eine Minute. Das heißt, wenn ich mit Mike nochmal hier hinkomme zum Essen, dann nehmen wir das beide und mach das eine Minute eher raus. Vielleicht passt das ja schon. Passt. Nee, Leute, vielleicht einigen wir uns darauf, dass man einfach genau zuhört. Ich habe nicht gesagt, Bumms ist trocken, durch. Ich habe gesagt, einfach zwei Minuten länger, weil es im Kern leicht roh war. Und das mögen die meisten nicht. Bumms. Ansonsten zufrieden, alles in Ordnung? Alles super. Perfekt. In der ganzen Kombination ist es sehr gut, wenn man die Pilze mit dem Püree und auch das Fleisch zusammen isst. Es ist ein klasse Geschmack. Ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch super gewürzt. Es ist wirklich schmackhaft. Ende gut, alles gut. Kann man jetzt sagen. So geht es hoffentlich auch mit Raphaelas Wahl weiter. Sie genießt das Schnitzel mit Champignon-Rahmsauce. Fand ich im Großen und Ganzen gut. Eine Frage zu der Soße, sind die Champignons frisch? Ja. Frische Champignons? Frische Champignons, Köpfe. Okay. Doch, vom Geschmack war die Soße gut. Ich bräuchte jetzt nicht unbedingt den Speck darin. Was aber auch noch mal einen guten Geschmack auf jeden Fall bringt. Für die Soße, ich denke, die hat das auf jeden Fall nochmal was aufgepeppt. Das ist die Küche von früher. Da haben wir immer Speck in die Champignons-Soße gemacht. Das Schnitzel finde ich auch super. So von der Dünne her. Also ich finde das lecker persönlich, dass das dünn ist. Absolut dünnes Fleisch. Sehr zart. Die Panade war auch gut gewürzt. Von der Panade hätte ich es vielleicht schön gefunden, wenn es so ein bisschen wellig ist, sage ich mal. Wenn es so ein bisschen aufgegangen ist. Hat aber nichts mit dem Geschmack zu tun. Geschmacklich ist es super. Genau, wir machen das auf der Platte. Wenig Öl. Wenig Öl wahrscheinlich. Ganz wenig Öl und deswegen schafft die auch nicht aufzugehen. Wir machen das nicht in der Fritteuse oder in viel Öl, sagen wir mal. Okay. Also das ist so gewollt quasi für euer Konzept. Genau. Genau, das ist einfach kein Wiener Schnitzel, Punkt. Aber es ist ein Schnitzel, passend zur Region. Pommes, super. Schöne Breite, schön gesalzen. Salat auch, eine leichte bunte Mischung. Für mich persönlich vielleicht ein bisschen viel Salat-Dressing, aber Salat-Dressing lecker. Ich schätze mal so ein Balsamico-Dressing ist das. Genau, geschmacklich super. Rundum stimmig. Vielen Dank. Ein Feedback steht noch aus, nämlich das von Marcel zur Pasta Surf & Turf mit saftigen Rumsteakstreifen und Gambas. Ja, eins der, was ich zu meckern habe, dass der Kellner nicht gefragt habe, wie ich meine Streifen haben wollte. Oh, doofer Fehler. Ja, tut mir leid, dass wir nicht gefragt haben. War es denn so, wie du es gerne hättest? Alles gut. Perfekt. Vielen Dank. Mensch, Schützke dann, Marcel. Erstmal geärgert, aber eigentlich passt. Die Gambas, die waren genau wie bei der Vorspeise. Auf dem Punkt, super lecker. Alles. Ja, dieses Mischungsverhältnis zwischen Fleisch und Fisch war jetzt also Fleisch überwiegend. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Gambas vorgestellt und dafür wäre dann logischerweise einfach weniger Fleisch. Ah, nee, nee. Das finde ich schon, dass das passt. Sonst super lecker. Ist das Meersalz drauf? Auch, ja, Fleisch. Einfaches Salz, nur grob. Grobes Meersalz auf dem Fleisch, richtig. Super lecker. Nudeln, al dente, gut abgestimmt. Und das I-typische war wirklich für mich das Meersalz. Also, hat also perfekt. Vielen Dank. Für mich zählt im Endeffekt der Geschmack und der Geschmack war super. Das klingt doch nach einer runden Sache, oder Mio? Das Feedback war im Großen und Ganzen ganz toll. Auch mit den Tipps. Gut, das eine haben wir leider vergessen, den Marcells fragen, wie er gern sein Fleisch hätte. Aber ansonsten ganz zufrieden, denke ich. Ich würde nicht mal was sagen, wenn mein Grad passt und würde einfach so gar nichts weiter erwähnen. Aber egal, wir müssen ja reden. Redesendung, ne? Jetzt stürmt Raffaela aber nicht zum Reden in die Küche, sondern primär zum Zuschauen. Hi, Raffaela. Aromatisieren, da ein bisschen anziehen. Und dann, wenn es die gewünschte Dicke hat, dann auf die Seite geben und die Kirschen dazu. Dann bleiben sie nämlich ganz. Hier haben wir halt gebratte Nüsse halt. Was haben wir denn für Nüsse? Hier haben wir halt Mandeln, gehackte Mandeln. Ja, werden die Nüsse nur angeröstet oder auch ein bisschen mit Zucker karamellisiert? Ja, die werden halt nur angeröstet, damit halt der Aroma von der Mandeln drüber kommt. Ich hätte vielleicht nur ein bisschen Zucker beigetan, sodass das ein bisschen karamellisiert. Es ist immer noch so ein leichter Crunch dabei. Kann man alles machen. Das ist jetzt aber, glaube ich, auch. Ich sag mal so, ich rechne nicht mit der Königsdisziplin in dem Haus jetzt, was Desserts angeht. Das werden eher einfache Desserts sein. Die Schattenmorellen gehen jetzt getrennte Wege. Ein Teil davon wird ja püriert, auch zum Schichten und der Rest wird dann abkühlen. Okay, das heißt, wir machen ein Schichtdessert. Schichtdessert, ja, mit Glas. Jetzt kommt erst mal der Pürierstab zum Einsatz. Wir haben Mascarpone und dann kommt halt ein bisschen Oreo mit rein. Die Oreo-Kekse, die du schon verkleinert hast? Ja, die Kekse, die wurden heute Morgen schon vorbereitet. Ja. Ordentlich Zucker dazu und ab durch den Mixer. Konsistenz ist ein bisschen zu dick. Dann müssen wir einen Schuss Sahne reintun. Ja. Die Creme kenne ich. Wenn jetzt jemand fragt, machst du das alles ohne Rezept? Sie würde sagen, ja, das mache ich ohne Rezept. Stell dir vor. Die restlichen Oreo-Kekse bekommen jetzt Gesellschaft von geschmolzener Butter und landen als erste im Glas. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde die Kombination des Desserts sehr gut. Mascarpone mit Oreo, Kirschen und Nüssen. Hört sich super an und ich freue mich drauf. Ich habe ein kleines Fazit. Ich finde das Dessert sehr, sehr simpel gemacht, aber sehr passend für Ladenkonzept. Optisch sehr schön in dem großen roten Weinglas. Das schaut toll aus. Nicht einfach nur reingeklatschen, auftressieren. Ist okay. In Sachen Nachspeise haben Marcel und Joscha den gleichen Geschmack. Sie freuen sich auf den Hot Brownie mit Vanilleeis. Marcel ist allerdings überrascht. Gut, Hot Brownie, also der war warm. Und wusste jetzt nicht, dass der Kern das innen schmelzen kann. Der flüssige Kern, also da habe ich mit gerechnet. Ja, ich hatte ihn ja unter den heißen Schokoladenkuchen vorgestellt. Also jetzt nicht so, wie es jetzt ist. Aber angenehm überrascht. Also bei der Frage, ob das jetzt ein Brownie oder ein Soufflé ist, würde ich das weder noch nennen, weil das entweder eher beides ist oder so ein Lava Cake. Ein Soufflé ist das auf keinen Fall, weil ein Soufflé ist flaumig und geht schön auf. Und ein Brownie ist subschig, saftig, ist ganz was anderes. Und das ist so ein Lava Cake, ja, so kann man das sein. Man hätte uns vielleicht darauf hinweisen müssen, wenn man gegen Nüsse allergisch ist. Ja. Dass die Eiskugel ansonsten mega lecker. Ja, das mit den Nüssen kann man auf jeden Fall erwähnen, das stimmt schon. Ja, ich finde auch geschmacklich, gerade auch das Eis, das hat mich sehr überrascht. Ich glaube auch, dass das jetzt nicht gerade eben erst vorbereitet war, sondern die Kugel war schön hart, die Nüsse waren echt fest da drin. Da vorne eingefroren und dann du. Genau, nochmal eingefroren. Finde ich aber gut. War alles süß und war aber trotzdem lecker. Süße Versuchung. Ja. Das gilt hoffentlich auch für Raffaelas Dessert. Sie genießt die Mascarpone-Creme mit Kirschen und Oreo. So, meine Mascarpone-Creme schmeckt sehr lecker. Ich muss sagen, nicht so süß. Finde ich persönlich sehr gut, dass es nicht zu süß ist. Dadurch schmeckt man auch die einzelnen Komponenten gut raus. Oben habe ich die Kirschen. Dann kommt die Mascarpone-Oreo-Creme. Und unten sind nochmal Oreo-Streusel mit Butter vermengt. Könnte vielleicht für mich ein Ticken mehr sein, dass man das einfach nochmal ein bisschen intensiver rausschmeckt. Raffaela hat allerdings logistische Probleme. Ich weiß nicht, ob ich es in so einem großen Glas serviert hätte. Ich habe ein bisschen Angst, das Glas zu durchstoßen, wenn ich mit dem Löffel reingehe. Ich persönlich hätte es jetzt nicht im Glas angerichtet. Ja, nee, ich auch nicht. Ich hätte es in einem flacheren Glas angerichtet, was einfach, man hat ein bisschen Angst zu essen. Ja, dann würde ich jede Eisdiele in Zukunft meiden. Christoph hat sich für die italienischste aller italienischen Nachspeisen entschieden und freut sich auf sein Tiramisu. Gute Wahl? Also ich habe hier das Tiramisu ohne Alkohol, was man auch rausschmeckt, aber dem keinen Abbruch tut. Ganz im Gegenteil, ich finde es ganz gut. Ich selber trinke keinen Alkohol. Wunderschön, dass es eben diese Alternative gibt ohne Alkohol. Da freuen sich auch Menschen, die vielleicht ein Problem mit Alkohol haben. Ich finde auch Kinder, das ist ein bisschen feiner, oder? Ohne Alkohol. Ja, und hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Eine Mini-Kritik hat Christoph dennoch. Den Keks da drin finde ich ein bisschen aufgeweicht. Tut dem Geschmack einen kleinen Abbruch, weil es halt eben wirklich ein bisschen was weicher ist. Die Kekse liegen ja eigentlich im Kaffee. Ich glaube aber, dass es vielleicht zu lange im Kaffee gelegen hat. Da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, das macht es dann nicht mehr schmackhaft. Weil man etwas im Mund hat wie eine Breiform. Und ein bisschen Bissfestigkeit auch in einem Dessert wünsche ich mir schon. Dieser Löffelbiskuit, von dem du sprichst, der ist meistens wirklich um Mantel von der Creme, getränkt kurz und Kaffee und oft eben Alkohol. Und der ist nie knusprig. Also das kann ich zumindest so sagen. Nie knusprig. Ansonsten ist es ein gelungenes Dessert. Was steht in der Essfabrik am Ende unterm Strich? 232 Euro. Also bei den Speisen liegen wir bei 184,80. 185 Euro circa. Und im Getränkebereich sind wir so um die 46, 47 Euro. Und bin ich der Meinung, dass das absolut gewährleistet ist. Für das, was wir uns hier kredenzt haben. Ja. Absolut. Absolut. Doch, voll. Finde ich auch. Also, wie viel Rindfleisch und Garnele da gelaufen ist, allein das ist es schon wert. Dann an die Punktechips, liebe Mönchengladbacher. Oh, eine 9. Schön. Die 9 denke ich, dass sie von Raffaela sein könnten. 9 Punkte. Oh, von Marcel. Falsch gedacht. Eine 7. 7 denke ich, die haben wir von Christoph bekommen. 7 Punkte und ein kleines Herz. Ich finde das völlig in Ordnung, was der Christoph da gibt. Also, das verstehe ich. Oh, eine 8. 8 denke ich, war von Joscha. 8 Punkte. Und noch eine 8. Also, Leute, gibt's nix. Sehr, sehr guter Einstand mit 32 Punkten. Gratulation. Sehr gut. Wir freuen uns auf jeden Fall, lieber 32 Punkte. Ja, mega. Vielen Dank dafür. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Damit hat Mio zum Wochenstart gute 32 Zähler vorgelegt. Die Punkte vom Profi gibt's wie immer am Ende der Woche obendrauf. Und morgen bittet Marcel zu Tisch. Ich koche halt so, wie ich koche. Und dem meisten schmeckt es. Offensichtlich ist Marcel auch in Sachen Werkzeug etwas speziell. Witzig finde ich, wie er das alles mit so einem kleinen Messer macht, ne? Kleines Messer, Riesenportion. Ist was für Kerle, die irgendwie Bock auf viel Fleisch haben und eine richtig dicke Portion. Käseschicht. High-Protein ist ja groß im Kommen. Mal sehen, ob die Gäste das auch so sehen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.